Endbruchskampf Und Scheiß kann ich hier werfen Ich muss jetzt hier schießen, oder was? Hoffentlich nicht wieder irgendwas mehr auf den F-Tasten Womit ich hier einen Command habe Der Steuerung ist das Steuerung Kriechen, Rennen, Inventar, Joystick, nach links bewegen, vorwärts Nach unten senken, nach unten senken Kriechen Objekt werfen, lohnen Ach so, nichts belegt Dann 1 Okay Was haben wir da oben? Sieht völlig aus Mit 1,1 werfen Oder? Ja Mit 1,1 werfen 1,1 werfen Was ist das jetzt genau helfen soll? Weiß ich nicht Für ein Rätsel Was ist jetzt offensichtlich? Ah, da brauchen wir das Mondstück für Verstehe Verstehe 1 Jetzt mal wieder genauert Und dann wird doch das Monster auf uns aufmerksam Mit 10 Lärm machen In der Flasche Ach du Scheiße Schnapp dir das Teil Schnapp dir das Teil Und weiter Mit die magische Tür Wir tun einfach so, als wäre nichts gewesen Machen wir es ganz schnell vom Hacker Machen wir es ganz schnell vom Hacker Machen wir jetzt das Schloss Oh shit Jetzt die Änderungssegmente Jetzt die Änderungssegmente Oh shit Okay Den Schrank kann ich nicht Wo ist der Stern? Ich höre das schon die ganze Zeit Ich finde es nicht schön Ich höre die auch nicht runter Sehr schön Sehr schön Ein Beil vor mich Okay, das ist zu tief für uns Auf die Geusche zu laufen Was noch mal eine gute Idee Und noch was spielen Macht hier auf Macht hier auf Nicht Tür zu Sondern Tür auf Sagt ich Okay Der Stuhl ist viereckig Den können wir da also nicht rein Kann man den irgendwo für anders benutzen Kann man den irgendwo für anders benutzen? Ah ja Um da hoch zu kommen vielleicht Das würde Sinn machen Ich muss den Stuhl über weit schlagen Oha Und weit schleppen Oh Wohin Die kiebt diese Geräusche Er ist schon in der Geste Wozu lein der Stuhl Ähm. Aha. Nein. Es wird zurückgegangen. Das Licht. Da ist es auch. Blöde Angst. Okay, jetzt steckt das da nicht mehr drin. Und was nun? Das muss man auf der anderen Seite für ins Blockierung sorgen. Da brauchen wir dann wahrscheinlich einen Stuhl für. Ist jetzt der Schrank im Weg oder was? So, da geht es jetzt lang. Guck mal da vielleicht. Hier brauchen wir einen Stuhl wahrscheinlich. Um da hoch zu kommen. Wir sollen ein Baby so einen Stuhl so weit schleppen. Das ist nicht die Möglichkeit. Jetzt. Ich höre die Geräusche. Nicht gut. Hier rauf. Hier rauf. Jetzt können wir bestimmt hier rauf, oder? Sehr schön. Hier rüber kriechen. Hier rüber kriechen. Hier muss doch jetzt was passieren. Oder ist das jetzt wieder lairs of fear? Klima. Nichts passiert. Hier hört nur Geräusche. Holy shit. Nein. Niemand hier. Oh, die Küche. Nein, 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 nein. Niemand zu Hause. Ruf an passo. Ok, ich kann hier nicht rein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Bin ich hier. Bin ich hier. In der crichtli t Zero nenne die Küche. Okay, da muss ich eine Flasche runterwerfen. Oh, scheiße. Womit nur? Ich habe nichts zum Werfen. Jetzt muss der Ruf. So, hier lang und da hoch. Jetzt sind wir hier drauf. Achtung Topf. Achtung Geschirr. Können wir Geschirr werfen. Und wenn ich das aber nicht für gefährlich halte. Ja, laut. Hier haben wir Kürbisse. Ich kann mal die werfen. Oder Mandarinen oder was auch immer. Kürbisse sind so ein bisschen klein. Oh, du Schatz. Rein hier, rein hier, rein hier, rein hier. Tür zu, Tür zu, Tür zu, Tür zu, Tür zu. Tür geht nicht zu. Angst. Angst. Das ist der Sternsplitter. dann muss hier irgendwie rüber das ist im sternportal dort drüben das war hier unten nein ich komme ich da wieder runter wenn das spiel speichert habe ich so eine angst muss doch gleich was passieren nein lass mich rein lass mich rein gute nacht ich mache jetzt den schluss wenn ich hier was für mutiges kleines kind hier doch nicht schon dermaßen eingeschossen nein 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 niemand zu hause ist nicht unter den Tisch krabbeln so kleinchen lang und gar nicht über den Tisch ich komme jetzt zurück zum stern nichts niemand zu hause Keiner zu Hause. Keiner hier! Nein, 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 nein. Ich bin nicht da. Ich bin gar nicht da. Was tue ich hier? Hier war ich doch noch nie. Ich hasse Horrorspiele so sehr. Warum spiele ich die? Jumpscare des Todes. Das waren auch noch mal nix. Nein, 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 nein! Niemals zuhause! Gute Nacht! Nein! 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 Gut, ich gehe ja schon! Nun, du musst doch hier das Verfickte... Türchen mit der... Wir waren doch am Anfang dort. Nein! Ganz am Anfang waren wir doch schon in der Nähe. Wir waren doch schon beim Erinnerungsdienst. Wie sind wir doch von weggekommen? Ah, da müssen wir hin. Ich darf doch mal... Nicht da, nicht da, nicht da. Erinnerung! Hier bin ich, Mami! Der Elefant! Und wie soll ich da jetzt rankommen? Wie stehst du dir das jetzt vor? Und dann geht's jetzt zum Abschluss. Okay, wir gehen an. Fanti! We got the final memory. Let's hurry! Ja, aber wohin? Sorry, wohin? Jetzt kann doch eigentlich nicht mehr viel kommen. Hahaha! Ja! Glaubst du selbst nicht? Ich kann nichts. Ich kann nichts. Ich kann nichts mehr kommen am Arsch. Hier hinter der Tür. Ich muss einfach mal mit deinem Mann hererkennen. Ich wusste das! Nein! Einfach durch, einfach durch, einfach durch, einfach durch, einfach durch! Au! Wir sind tot. Gut, der umrangige Mann hat uns gekillt, ja, willkommen bei Ihnen. Und rein da, 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 das war wohl nichts. Teddy, Teddy, leuchten. Teddy, nein. Teddy, was? Wir haben es scheinbar, es musste so, wir haben es überlebt. Oh no, es ist nichts zu, es ist nicht immer eine gute Idee. Am Dunkeln bleiben auch nicht unbedingt. Holy shit. Mami, Mami, nicht weggehen. Ich brauche dich, Mami. Nein. Was zum Fick. Das war's. Nee! Niveik. Niveik. Sie gehen zu jemand anderem. Nein! Nur noch einmal. Wir werden dich nicht von mir nehmen. Die großen Männer wollen mich... ...meine Mutter wegnehmen. Ich werde mich sehr wütend sein. Niemand von uns will das. Jaaaa... Mit keiner Albtraum eines Kindes... ...das in schwierigen Familienverhältnissen aufwächst und... ...taddy ist weg. Wir müssen im Dunkeln hinlang. Ich will doch nur das letzte Teilchen, den Elefanten... ...hier, ja genau hier. In das Ding setzen. Tandy und Elefant. Ein letztes Stückchen von Tandy. Das, was nur übrig geblieben ist. Na komm. Aktiviert das Mama Portal. Oha. Und wie können wir jetzt beide Buttons drücken? Das sind die Buttons. Das sind die Buttons. Das ist die Bundeskanzlerin. Das ist die Facik. Ich liebte aber Escape. 甘�den Siem. Wir drücken uns zum nächsten Mal. Jungen in deriku... Wir drücken uns mal kurz. Es ist nicht so. Vielen Dank.